einen schönen guten morgen ja es ist 7 uhr 17 zu früher stunde das heißt so früh ist es gar nicht ja liebe freunde wir schauen wer sich zuschaltet ob sich ja zu dieser zeit ich hoffe ich bin gut zu verstehen und gut zu sehen schönen guten morgen ja der situationsbericht aus ahrweiler hat gestern reaktionen hervorgerufen von ungeheurer hilfsbereitschaft keine frage und deshalb darf ich euch ankündigen wir machen heute um 9 30 einen bericht aus schuld das ist auch im landkreis ahrweiler wir sprechen dort mit einem heizungssanitärmeister der dort unsägliches an hilfe geleistet hat insbesondere weiter hat weitere katastrophen verhindert hat sprich hier was ausläufendes heizöl was austreten des gas anging also das ist schon toll was da geschieht und das wird um 9 uhr 30 liebe freunde schalten wir uns auf einen kanälen live und werden darüber berichten das ist ja eine situation die bewegt aber was sehr sehr ja von herzensgüte betroffen ist die menschen wie sie zusammenhalten und wie sie helfen ja das macht uns aus und das macht uns stark und das sollte uns auch ein beweis sein dass wir diejenigen sind die ob jung ob alt die menschen die hier leben wir halten zusammen und wir lassen uns da auch nicht auseinander dividieren wie es immer versucht wird und liebe freunde mein meine sendung cdu csu nicht wählen hat große aufmerksamkeit erregt aber das sind dinge dazu stehe ich und wenn wir diesen etablierten parteien die schon die schon lange gibt nicht mal sagen hier ist mal die rote karte dann wird sich nichts ändern und dann sollten sich die parteien mal darauf besinnen für wen sie da sind von wem sie das mandat haben und für wen sie gutes tun sollen in ihrer aufgabe ich habe um 11 uhr dann ein ein interview mit nicole höst um 13 uhr mit michael frisch er sitzt im rheinland-pfälzischen landtag wir werden uns über die sofort maßnahmen unterhalten was anläuft was geschehen ist was noch geschehen muss wir werden heute nicht defizite aufarbeiten dazu gibt es andere gelegenheit dazu wird es untersuchungsausschüsse geben michael frisch hat uns versprochen er sitzt ja im rheinland-pfälzischen landtag wir werden sehr nah dabei sein aber liebe freunde jetzt ist die zeit des helfen und ja und nicht des quatschens und des versuchs hier wieder dinge gut zu machen also liebe freunde wir sehen uns dann um 9 uhr 30 live aus schuld im landkreis ahrweiler und werden dort ein interview führen mit michael heizungssanitärmeister bis gleich startet guten tag und ich würde mich freuen wenn ihr nachher dazu einschaltet und heute abend gibt es den bericht aus dem rheinland-pfälzischen landtag und ich freue mich wie zahlreich ihr hier euch zuschaltet und ich werde noch ein bisschen kraft tanken für den tag die tage sind lang auch vom normalen geschäft her bitte startet guten den tag und ich wünsche allen einen ja einen tag ohne sorgen und nöte und diejenigen die krank sind bitte dass ihr schnell wieder gesund werdet alles liebe peter bis später